Moin, wir sind jetzt wieder dabei, The Forest. Ja, wir machen jetzt die Mauer hier fertig, haben noch 114 vor uns, wir sind jetzt erstmal was essen. Hast du schon zwei drauf? Äh, hab ich jetzt, hab zwei. Dann gehe ich nochmal kurz was trinken, solange es hier röstet. Ähm, ja, ich muss auch noch trinken. Und wir machen dann die Mauer fertig und erweitern dann unsere Basis und sehen wir mal, wo es wird. Oder wir versuchen, das halt hier zu machen heute, ja. Ja. Sollten wir hinkriegen. Ja, auf jeden Fall. Und, ah, jetzt können wir mal schauen, wie man Wasser abkochen kann, ob ich das hier reinfüllen kann. Dieses Ding. Siehst du den Boy da? Welchen Boy? Den Boy. Das Rehboy. Ja. Holst du den? Ja, den hole ich. Okay. Jetzt ist er weg. Okay, egal. Also, jetzt geht's los, wir haben früher Morgen. Zeit. Ich hab mein Essen gegessen. Ach, mein's auch. Jetzt sind wir stattklar, schön gefrühstückt. Gestärkt ans Werk. Jetzt sagen wir, wir machen ein bisschen weiter hinten, weil ich hab zu viel Angst, dass das dann alles einstürzt. Weil ich hab, hab nicht gesehen, dass es nämlich aus war, dass Gebäude beschädigt werden können. Und deswegen können wir am Anfang auch die Falle nicht wegmachen. Das muss jetzt deaktivieren, jetzt müssen wir echt aufpassen. Also ist es jetzt deaktiviert oder nicht? Jetzt ist es aktiviert. Okay. Finde ich, ist aber auch besser, dass die Gegner können jetzt auch Schaden zufügen. Sonst bräuchten wir die alles ganzes auch nicht. Jetzt können die auch wirklich was machen. Ja. Wenn sie mal kommen würden. Wow! Das war... Zum Glück war da die Mauer noch nicht fertig. Ja. Obwohl, selbst wenn, hättest du die Mauer knapp nicht erreicht, Alter. Also ich weiß echt nicht, wie man das macht, damit man das kontrollieren kann, wohin der Baum fällt. Das ist eine gute Frage. Ich hab's jetzt auch auf verschiedenste Weisen ausprobiert und es hat nie geklappt. Okay. Und Reboi? Ja. Junge, wie schnell das jetzt ging. Pass auf den Reboi auf und... Fuck. Das war so close. Gleich nochmal. Boah! Das ist ein Typ, das ist ein Typ. Ein großer. Yo! Okay. Der ist sogar gesternst halt, glaub ich. Den haben wir gleich. Guck mal, der werft sich nicht. Keine Chance, Alter. Oh, da kommt noch einer. Fuck. Ich bin fast tot. Double trouble. Deine ist tot. Pass auf. Junge, die machen dreckig viel Schaden. Alter, die werden auch fucking stark. Ich hab echt Schaden genommen. Ja, ich auch. Der legt wieder die Waffe, die kannst du wieder mitnehmen. Der legt noch eine Waffe von denen. Komm, mach das Feuer wieder an. Ich schmeiß mir die drauf. Jetzt windet es aber wieder. Hast du die Waffe schon mitgenommen? Ey, ich hab die ja schon. Soll ich die da nehmen oder was? Ja, ich kann keine zweite. Ich will noch eine. Ah ja, stimmt. Wir können keine zweite. Okay, schade. Hier ist ein Rehboy. Okay, der Rehboy hat mich gesehen. Wenn ich am Ende genommen, kann ich auch mal machen. Ein Medikament. Jo, das ist richtig heftig. Was ist heftig? Medikamente. Die wirken richtig krass. Oh, das ist der Rehboy. Ist jetzt ein toter Rehboy. Sehr gut. Jo, diese beiden gerade alle. Ja, die waren stark. Die waren richtig stark. Die waren echt stark. Aber wir lassen uns davon nicht aufhalten. Wir müssen weitermachen. Ja. Machen wir auch. Machen wir auch, ja. Machen wir auch, ja. Alter, komm mal. Ja, ich bin dabei. Ich hab einen neuen Freund gefunden. Jo, ich kann sprinten, wenn ich den Kahn schieb. Komm mal. Ja, ich bin dabei. Guck mal. Guck mal den an. Schwebt der Baum? Wir lassen den so, okay? Okay. Das ist unser Freund. Ihm müssen wir dann später auch ein kleines Häuschen bauen. Ja, neben Baumi. Der kleine Bruder von Brauni. Ja. Der ist nämlich auch mit uns abgestoßt. Heißt, Brauni hat Verwandtschaft mit Bäumen. Interessant. Ne, wenn es ein Bruder ist. Stief oder normal? Das weiß man nicht. Okay. Heißt ja, würde in jeder Hinsicht trotzdem verwandt. Wenn ich so... Wow, ein Baum! Das ist ja gerade fast, als ich mich drauf fand. Das würde in jeder Hinsicht. Hat ich jetzt... Oh, 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 oh. Was, was, was? Hier ist einer. Drei. Ja, sind aber nur normal. Ja, gut. Ähm... Bescheide Waffe, hallo? Ah, da geht. Ja, renn, renn, du kleiner Wimmel. Wimmel, was ist Wimmel? Wimmel heißt. Immer schön blocken. Ja. Wenn die liegen, musst du nochmal nachhaken, weil die sind ja nur nicht auch jetzt sind so tot. Nice. 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 Yo, diese Seite haben wir so schnell gefinisht. Ja. Ist nur noch 58, aber ich glaube, wir gehen schlafen, oder? Ja, wäre eine gute Idee. Ah, wir können schon schlafen. Ich habe das Gefühl, dass mein Singleplayer weniger schlafen kann. Das ist seltener. Ich muss dann danach auch speichern. Speichere ich noch kurz? Zack. Und raus da. Hä, ist es noch Nacht? Äh. Ja, ist es nicht schlimm. Bleiben wir halt noch ein bisschen am Lagerfeuer so. Ich habe eh schon wieder Hunger. Wir müssen sowieso essen. Hast du noch was? Ah, ich habe hier noch ein Fleisch. Zwei. Ich habe es zwei drauf. Okay. Scheiße, trinken muss man auch. Oh. Ja. Ich gehe schnell. Scheiße, da komme ich mit. Wir dürfen nicht alleine in der Nacht irgendwo hingehen, ne? Ja. Ja. Bist du da? Ja. Ist es hier? Ja. Ich bin gerade im Wasser. Ja, du musst weiter raus. Komm gerade nicht. Klar. Komm gerade nicht. Klar. Alles gruselig. Alter. Scheiße, wir gehen ins Haus. Wir gehen ins Haus. Komm, komm, komm. Ich bin schon wieder durstig. Ich muss ans Feuer. Ich muss ans Feuer sein und zerfriere ich. Packs Feuer ist aus. Das ist doch ein perfekter Zeitpunkt. Hier ist einer. Hier ist einer. Das ist ein zwei. Blocken, blocken, blocken. Ja, ich fack mein Ding aus. Komm hierher, komm hierher. Es werden mehr. Ich fack mein Ding aus. Vor allem, wie ruhig ich das gesagt habe. So, ich habe den einen mal einen Zahn ausgeschlagen. Willst du wirklich fighten? Ja, ich dränge sie so ein bisschen zurück. Okay. Gut, dann machen wir weiter. Hä? Hä? Die verschwinden halt auch so schnell. Es ist wie, als würden die die irgendwie mitnehmen. Wie kommst du schon hinterher? Mein Holz. Achso, ich dachte, du meinst die Leichen. Achso, ich dachte, du meinst das Holz. Ich habe die Vorstellung, die ist aber noch besser. Wie kommst du her? Mein Holz. Ich und mein Holz. Das steht mir gerechtlich zu. Mein Land, mein Holz. Ja. Alter, wir haben es gleich. Hier, die hier unten noch. Hey, aber der verschwindet da. Nee, da. Die Legende von Oldi und dem verschwindenden Holz. Soll ich jetzt hier mal den Eingang ausprobieren? So habe ich mir innerhalb von drei Tagen eine Mauer erarbeitet. Aber das Nächste wäre, die ganzen scheiß Spitzen hier wegzureißen und es auszureißen. Und es dann nochmal neu zu placen. Die Spitzen sind so viel Arbeit wie die ganze Mauer, Alter. Ich fange schon mal an. Was streißt du denn rein hier immer so? Wird schon in der Nacht, aber wir müssen ein bisschen später in der Nacht anfangen zu schlafen, sonst wachen wir wieder in der Nacht auf und das ist richtig nicht gut. Ich glaube nicht. Ich glaub, ich bin insgeheim einer von denen. Ja. Soll ich die mal mit drauflegen? Ne, ne, wem den Arm. Ich lege den Arm mit drauf. Ähm, hast du für mich auch mit draufgelegt? Ja, ich krache. Ich hab den Arm mit draufgelegt. Okay, danke. ich habe ein bisschen geld ja ich habe 35 geld okay dann würde ich sagen das ist doch jetzt schöner abschluss wir sind hier fertig noch abend schönes abendessen wir sind die feinde essen so schön ich habe noch eines drauf ja dann bis zur nächsten folge haut rein ja